Seine Majestät der Kaiser, ja er lebe hoch, das kennen Sie heutzutage gar nicht mehr, was? Vaterlandslose Gesellen. Jedenfalls guten Tag und willkommen zu der Untertan von Heinrich Mann, einem Psychogramm des typisch autoritären Charakters. Und das ist er hier, Diederich Hessling. Obwohl er nur aus einer fiktiven Kleinstadt namens Netzig stammt, hier im Hintergrund zu sehen, und Sohn eines Papierfabrikanten ist, der aber glücklicherweise bald stirbt, gleicht er doch bitte seinem großen Vorbild, Kaiser Wilhelm II., wie ein Ei dem anderen, oder? Weiterhin gibt es die gut gepolsterte Guste Daimchen. Auch aus Netzig hat aber schlauerweise einen Verwandten zu Tode gepflegt und dessen Vermögen geerbt. Sie ist zunächst mit Wolfgang Buck verlobt, einem Rechtsanwalt mit gefährlicher Schwäche fürs Theater und auch ansonsten widerwärtig liberal, was er von seinem Vater geerbt hat, dem alten Buck. Das ist die graue Eminenz von Netzig. Ein Demokrat, der 1848 bei der Revolution dabei war und damals zum Tode verurteilt, aber mit deutscher Gründlichkeit bei der Hinrichtung vergessen wurde. Sein Gegenpol, die staatlich-kaiserliche Macht in Netzig, ist Regierungspräsident von Vulko und als letzten politischen Faktor gibt es noch von der lieben Sozialdemokratie den Maschinenmeister im hesslingschen Betrieb mit dem klangvollen Namen Napoleon Fischer und natürlich noch viele andere Bürgerstudenten, Arbeiterpack und, und, und. Onkel Heini beginnt 1904 mit der Arbeit an diesem Roman, 1914 ist er fertig und das Ding wird ratenweise in einer Zeitschrift veröffentlicht. Da bricht blöderweise der Erste Weltkrieg aus, sodass der Untertan im Ganzen erst als Buch 1918 erscheint. Dann jedoch wird er sehr erfolgreich. Und los geht's. Zu Anfang des Romans heißt es, Und er wird zum Lieblingsdenunzianten des Pädagogen und quält gern den jüdischen Mitschüler. Irgendwann ist er erwachsen und fängt an, in Berlin zu studieren, wo er sonntags gern bei Göppels zu Mittag ist. Göppel ist ein alter Geschäftspartner seines Vaters und hier verliebt sich Diederich in die junge Tochter des Hauses Agnes. Ach, dieses Gefühlige, ich muss hier ganz schnell weg, das ist ja ganz schrecklich. Stattdessen säuft er lieber mit seinen Kommilitonen von der Neuteutonia bis eines Tages der dicke Delitsch tot umfällt. Na ja, das Bier verwandelt sich in innere Freiheit, da muss man schon mal Opfer bringen. Dann stirbt sein Vater und er fängt seinen Militärdienst an, lässt sich aber nach ein paar Wochen wieder ausmustern. Das ist nämlich sehr anstrengend. Anno 1892 demonstrieren in Berlin dann Arbeitslose. Und es riecht so ein bisschen nach Revolution. Diedl verprügelt natürlich Sozis. Dann aber mischt sich der junge Kaiser unter die Menge und alle so, Und Diedl ist alleine im Tiergarten, da reitet plötzlich der Kaiser auf ihn zu und er so hoch, hoch und fällt in eine Pfütze und die Macht lacht. Und spritzt ihn wahrscheinlich noch ein bisschen mehr mit Dreck voll. Dann läuft er völlig verstrahlt durch den Tiergarten und trifft auf Agnes, die da auf einer Bank sitzt. Und er so, ich hab den Kaiser gesehen. Und sie so, ja und ich kann wegen der Demo nicht nach Hause. Na dann kommen sie doch erstmal mit zu mir. Und hier schlafen sie miteinander und das geht eine ganze Weile so weiter, bis er seine Promotion fertiggestellt hat. Dann fahren sie heimlich miteinander aufs Land. Sie liegen zusammen im Gras, das müssten sie sich jetzt bitte vorstellen. Und beide wissen ganz genau, dass dies der einzig mögliche Moment ist, zu dem er um ihre Hand anhalten muss. Aber er tut's nicht. In Berlin lässt er sie im Sinne des Wortes im Regen stehen. Zieht um, damit sie ihn nicht mehr belästigen kann. Irgendwann kommt ihr Vater, der alte Göppel, und sagt, heiraten Sie gefälligst die Agnes. Und er so, nö, die ist ja keine Jungfrau mehr. Und dann kehrt Didel nach Netzig zurück. Noch im Zug lernt er eine appetitliche Dame kennen, der er eine ziemliche Unverschämtheit sagt. Sie sehen aus wie ein frisch gewaschenes Schweinchen. Sie gibt ihm eine freundliche Ohrfeige. Und so lernt er die schwerreiche Guste Däumchen kennen. Er ist jetzt der Herr im Hause, zuständig für Mutti und seine beiden Schwestern, Emmi und Magda. Und natürlich auch der Alleinherrscher in der väterlichen Firma. Dort tritt er jetzt also vor die Belegschaft und verkündet... So, hier wird aufgeräumt. Sozialdemokraten fliegen raus. Und es gibt neue Maschinen und alles wird besser. Er bestellt einen teuren neuen Holländer. Stellt fest, dass er seinen Sozi-Maschinenmeister Napoleon Fischer nicht entlassen kann. Und schmeißt stattdessen ein knutschendes Paar raus. Naja, wenig später sitzt er mit ein paar anderen Konservativen, unter anderem dem Staatsanwalt Yadasson, das ist er hier, beim Wirt, beim Saufen. Plötzlich knallt es. Eine Wache hat den von Dietl entlassenen Arbeiter erschossen. Und die so, ja, gerade recht, Obersekt. Das kriegt ein liberaler Fabrikant namens Lauer mit. Und der lässt sich jetzt von Dietl provozieren zu einer Majestätsbeleidigung. Unsere Fürstenhäuser sind alle verjudet. Auch das eine. Ja, auch das eine. Und dann sind die in so einer Hochstimmung, dass sie sich total besaufen, ein Huldigungstelegramm an den Kaiser aufgeben, dann eine Beförderung für die Wache fälschen. Aber am nächsten Tag ist ziemliche Katerstimmung. Denn der Staatsanwalt sagt, so, den Lauer hänge ich hin, dem machen wir den Prozess und du bist der Hauptzeuge. Nein! Und Wolfgang Buck wird übrigens die Verteidigung übernehmen und Guste so, gegen den Wolle hast du keine Chance. Nein! Dann wird auch noch die neue Maschine geliefert und sie ist viel zu teuer und er kann sie überhaupt nicht bezahlen. Mein Gott, was soll ich nur machen? Fischer, bitte helfen Sie mir! Und der Fischer so, ich glaube, die neue Maschine könnte Mängel haben. Dann kommt ein Vertreter der Firma, von der er die bestellt hat und sagt, die hat keine Mängel, diese Maschine, aber ihre Schwester Emmy gefällt mir. Nimm Sie die Maschine zurück, ich lege die Emmy oben drauf! Deal! Und so löst er zwei Probleme auf einmal, dann ist der Prozess. Der Richter fragt im Prinzip, also hat er jetzt die Majestät beleidigt oder nicht? Und die Zeugen alle so, ja, nein, weiß nicht, kann mich nicht mehr erinnern. Das dümpelt so vor sich hin. Irgendwann wirft aber der Staatsanwalt einem Zeugen Bestechlichkeit vor. Und da nutzt Didel die Gunst der Stunde und nachdem er sich vorher so lauwarm geäußert hat, sagt er jetzt, das war Majestätsbeleidigung und ja, ich habe ihn provoziert, weil hier endlich mal aufgeräumt werden muss in diesem kleinen Kaff. Das sitzt und nicht mal der Anwalt Wolle Buck kann noch etwas gegen ihn tun. Lauer wird verurteilt und es geht aufwärts mit dem Untertan. Guste kommt beispielsweise völlig freiwillig in seiner Fabrik zu Besuch und er sagt, na kommen Sie, ich zeige Ihnen erstmal alles. Und in einem Winkel mit alten Lumpen will er über Sie herfallen und sie tritt ihm beherzt ins Gemächt. Und er so, aua, ist ihm aber gar nicht böse. Ach guck mal, ein Diamantknopf, das ist ja super, daraus lasse ich mir einen Ring machen. Ja, gern geschehen. Aber er kommt nicht an sie ran, sie ist ja verlobt. Deswegen lässt er von seiner Mutter ein ganz böses Gerücht streuen. Die Guste ist die Halbschwester von ihrem Verlobten Wolfgang Buck. Und so zerreißt sich die halbe Stadt schon das Maul. Guste hat es noch nicht mitbekommen. Es ist jetzt auch erstmal eine Theateraufführung in der Harmonie, wo Frau von Vulko den Text so genial erfunden hat, dass Goethe ihn schon 100 Jahre vorher vorausgeahnt hatte. Magda und Emmy, die beiden Hässlingsschwestern, spielen mit. Und obwohl Didel mit seiner Angebeteten quasi alleine in einem Zimmer ist, fällt er zu ihrer Enttäuschung nicht über sie her. Och, Menno. Dann jedoch bricht über sie und Wolle das Gerücht herein. Nein! Und sie flieht und Didel besäuft sich. Jetzt kümmert er sich um seine politische Karriere. Bestellt zunächst mal den Maschinenmeister zu sich und sagt, hier Fischer, ich will Stadtverordneter werden. Und der so, ja, ich auch. Ja, dann helfen wir uns gegenseitig. Deal. Schwieriger wird es, sich mit dem Regierungspräsidenten von Vulko zu einigen. Vor allem auch gefährlicher. Und der so, ich sag Ihnen, wie das läuft. Sie kriegen Orden und irgendwann auch die Papierfabrik in Gausenfeld. Danke, dafür kriegen Sie mein Grundstück, also mein Haus. Denn da soll ja das Kaiser-Wilhelm-Denkmal hin. Bestechung? Übergeschnappt? Ah! Und von Vulko schmeißt ihn raus und Didel weiß nicht, woran er ist. Dann trifft er auf der Straße Wolfgang Buck, seinen Konkurrenten. Und der sagt überraschend zu ihm, kommen Sie mit, ich bin gerade auf dem Weg zur Guste. Ich mache Schluss mit dir. Und er so, nein. Aber dann ist der plötzlich weg. Und Diederich muss die schlechte Nachricht überbringen. Tja, der hat sie sitzen lassen. Nein! Damit ist alles aus für sie. Es sei denn, dass ein sehr ehrenwerter Mann und dann kniet sie tatsächlich vor ihm nieder. Wir müssen das hier mal so ein bisschen simulieren. Und hält um seine Hand an. Und er nimmt den Antrag an und blitzt. Ja, wie der Kaiser blitzt er so um sich. Und bevor sie ratzfatz heiraten, muss er tatsächlich sein Haus zu einem Spottpreis verkaufen. Nein! Aber dann auf Hochzeitsreise. Bevor wir zur Sache selbst schreiten, gedenken wir seiner Majestät. Und er salutiert. Wieder etwas, was Playmobil-Figuren nicht machen können. Noch in den Flitterwochen in der Schweiz erfährt Diedl, dass der Kaiser auf Staatsbesuch nach Rom reist. Und dorthin eilt er ihm nach und verbringt den Rest seiner Flitterwochen damit, der persönliche Jubelperser des Monarchen zu sein. Er steht überall am Weg und ruft hoch und er steht Wache für ihn und vereitelt sogar ein Attentat in Anführungszeichen. Wahrscheinlich war es nur der Pizzalieferant. Dann aber wird der Reichstag aufgelöst und Monarch und Untertan müssen nach Hause reiten. Denn bei der jetzt folgenden Reichstagswahl supportet er, Diedl, einen kaisertreuen Kandidaten gegen den liberalen Dr. Heuteufel. Die Liberalen hatten sonst immer das Reichstagsmandat. Und der rächt sich mit Rachen aus Pinseln, weil dem Diedl halt die Stimme weggeblieben ist. Mund auf, es ist zu deinem Besten. Das ist ja fast so ekelhaft wie diese alten Corona-Tests. Dann wird auch noch Emmi schwanger und er sagt zu dem Offizier, der daran schuld ist, heiraten Sie die gefälligst. Nö, die ist ja keine Jungfrau mehr. Und irgendwie kommt ihm das bekannt vor. Es kommt zu einer Stichwahl zwischen dem liberalen Heuteufel und Napoleon Fischer. Der konservative Kandidat ist weit abgeschlagen. Bei der entscheidenden Wahlkampfveranstaltung tritt Diedl vor und sagt, Buck und Konsorten, und dazu gehört eben auch der Heuteufel, sind korrupt und ich kann es beweisen. Kann er zwar gar nicht, aber die Stimmung kippt und Fischer gewinnt die Wahl. Hoch die internationale Solidarität. Jetzt ist der Aufstieg Diederichs unaufhaltsam geworden. Zunächst mal wird die Konkurrenzfabrik Gausenfeld zur Aktiengesellschaft. Fährt aber vor die Wand, dann kauft Diedl die Aktien auf und wird Generaldirektor. Und der alte Buck verarmt total. In seinem Hause ist er jetzt uneingeschränkter Alleinherrscher. Nach Gott und dem Kaiser ist er der Herr im Haus. Die Hierarchie setzt sich fort bis runter zum Dackel. Sitz! Sitz! Ach, Mistvieh. Erst wenn die Kinder im Bett sind, packt Mutti die Reitgärte aus. Auf die Knie, elender Sklave! Ja, bestraf mich! Ich bin der Herr, du bist der Untertan. Ja, genau, gib's mir! Wenn Diedl so bestraft wird, dann herrscht es sich am nächsten Tag sehr viel besser. Den krönenden Abschluss seines Aufstiegs bildet die Einweihung des Kaiser Wilhelm-Denkmals. Das ist der Opa von Wilhelm II. Total lebensecht, gell? Und Diedl hält die Festrede. Platz an der Sonne, herrliche Zeiten, blühende Landschaften und wir brauchen eine Flotte gegen England. Aber bevor er seinen ersehnten Orden erhält, gibt es einen Sintflutartigen Platzregen, der die Veranstaltung, naja, zum Platzen bringt. Er rennt nach Hause, auf dem Heimweg kommt er beim alten Buck vorbei, wo Wagen vor der Tür stehen und er schleicht sich rein. Da liegt der alte Buck und als er Diedl sieht, stirbt er und mit ihm die Demokratie in Deutschland. Soweit Onkel Heinis Psychogramm des deutschen Untertanengeistes, der direkt in die Apokalypse des nationalsozialistischen Terrors führte. Nationalismus, Militarismus, Antisemitismus, all das steckt hier schon drin. Und ich bin mir ziemlich sicher, Heinrich Mann, der diesen braunen Cocktail bis zum Erbrechen erlebt hat, würde ihn sich heute nicht nochmal von Rechtspopulisten und Rechtsextremen servieren lassen. Und das, liebe Gemeinde, war der Untertan von Heinrich Mann. Vielen Dank.